Wollt ihr die totale Trompete? Ja, denn hier seid ihr richtig, denn ihr seid hier auf Open Mind Trompete. Und totale Trompete ist eine Alliteration, das ist sehr gut. Wir haben auf diesem Kanal bereits auf einen humorvollen Sketch reagiert und ich finde es geil hier jetzt ein Format aufzumachen, wo wir über unterschiedlichen Humor reden, auf unterschiedliche Sketches und sowas reagieren, und dass man sich darüber enthalten kann, was ist witzig, was ist unwitzig. Auf unterschiedlichen Stand-Up kann man dann reagieren. Schreibt ihr auf jeden Fall schon mal in die Kommentare, auf welche Art von Humor ich reagieren soll. Es wäre interessant, wenn ihr irgendwie so weirden Humor oder sowas vorschlagt. Aber als ich auf die Limis-Show reagiert habe, war die Nummer 1 Choice, auf die ich reagieren soll, Eric Andre. Genau, auf Eric Andre soll ich reagieren. Das Ding ist, ich habe das schon komplett durchgeschaut, deswegen bin ich auch vor allem gespannt auf deine Reaktion. Und keine Sorge, da braucht man kein Krasses eigentlich. Ich zeige dir vor allem erstmal nur das Intro von der Show. Das ist das Show-Open. Ich bin gespannt, wie du das findest. Ladies and gentlemen, es ist jedes Mal eine leichte Variation. Er macht immer jedes Mal das alles kaputt. Das ist das ein Polizist. Oh, bei Twitch reagiert man mit den Zuschauern. 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 Hä? Woah! Was schnellen die das doch ein? Einfach nur die Brüder? Ich habe ein paar Klosterleinungen, die ich arbeite. Und ich fühle mich, dass ich auf der TV die... Und man muss wissen, die Show war damals relativ neu, das heißt, die haben teilweise gedacht, dass es ein normales Interview ist. Das war so geil. Ja, das ist nicht so mein Humor, deswegen schaue ich halt ein bisschen mich belusten. Ich trauig, ich kann nicht trauig. Wenn du da keine Reaktion bei der Szene gleich. Meine Gäste schauen jetzt auch nicht irgendwie so belustigt oder sonderlich überrascht. Das ist ja das Witzige, weil die Gäste einfach verwirrt sind und sich denken, hä? Ja, aber die zeigen jetzt nicht so eine heftige Reaktion. Irgendwie schaut es aus, wenn sie es sich schon denken. Ja, aber es ist einfach nur so quasi, weil diese Show treibt einfach Absurdität und Skurrilness auf das höchste Level. Also es gibt keine Show. Es ist so eine Art krasse Parodie auf so normale Talkshows, wo so einfach alles so nach Formel geht. So, ja hallo, okay, du bringst gerade einen krassen Film raus, erzähl uns irgendeine lustige Story, was du mal erlebt hast. Oder irgendwie sowas. Und das bricht einfach so krass aus dem Standard aus. Ja, aber ich finde das schon zu übertrieben. Ja, ich weiß, dass ich die Kommentare nicht zuerst nehme. Dann habe ich es immer zu Simon gesagt, dass er die Kommentare nicht zuerst nehmen soll. Und jetzt nehme ich es selber so ernst. Ja. Das ist voll schwierig. Jetzt kann ich dich verstehen, warum du sie ernst nehmen kannst. Alright, pick a lady, pick a gal. Ah, Nummer 2. Welchen Film? Sonst haben meine Familie und ich immer einen relativ ähnlichen Humor. Und ich habe das meiner Familie gezeigt und die fand das auch nicht so lustig, leider. Scheiß, wie denn? Das ist einfach... Ich finde es krass, dass wir das so wirklich... Ich weiß nicht, dass es zu übertrieben ist, zu offensichtlich. Ja, aber das ist einfach so... Du kannst... Scheiße, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Scheiße. Und ich finde, er schaut auch so, dass er sich denkt, mit dem war ja schon zu rechnen. Ja, ja, nee. Aber es ist einfach sowas, so quasi... Also wenn die jetzt auch überrascht werden oder... Ja, und du bist überrascht, so quasi... Wie konntest du damit rechnen, dass in dem Clip plötzlich ein nackter Dude... Plötzlich kommt ein nackter Dude aus dem Film. Da kann man nicht damit rechnen. Stewie? Ja, du bist auch zu stumpf irgendwie. Ich will ja bei diesem Format eben auf weirden Humor reagieren. Und ich muss sagen, ich verstehe es, dass man es absolut nicht witzig findest. Aber quasi, dass man nicht mehr ohne Reaktion da sitzt... Die sitzen doch auch ohne Reaktion da. Ja, die sind ja Profis, Mann. Es ist ja teilweise so überraschend doch zumindest. Let's sing a song. Okay. Er pisst dich einfach in die Hose. Ich glaube, der hat das echt... Ich glaube, der hat das echt gemacht. Natürlich. Nein, nein, doch. Ich glaube, der hat das mal im Interview gesagt, dass er es da wirklich gemacht hat. Aber würdest du es witzig finden, wenn man es echt gemacht hat? Dann ist es ja witzig, oder? Das ist irgendwie eklig. Genau, das hat man am Anfang nicht mehr gesehen. Auf einmal kommt bei einem Interview, die interviewt den, und auf einmal kommen lauter Doppelgänger rein. Und dann, weißt du, der Typ wird interviewt und da setzt sich ein Dude daneben, der komplett gleich... John Wayne hat mal gesagt, ich glaube, in die Hose-Supremlichkeit, bis die Hose-Supremlichkeit zu einem Punkt der Verantwortung. Warum hast du das retweetet? Ich habe das nicht retweetet. Nein, das ist falsch, weil ich nicht... Es ist natürlich jetzt ein Best-of, also... Ja, aber der eine hat jetzt schon zwei... Also der blonde Typ. Ja, ja, es passieren so zwei, drei Sachen pro Gast. Aber schau dir auch mal den Dude an. Ja, okay, der geht jetzt vielleicht... Ja, okay, der geht jetzt vielleicht... Ja, 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 ja. Wollen wir das einfach passieren? Hm? Wollen wir das einfach passieren? Das ist seine Tasche, ich stehe hier. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wollen wir das mal? Ja. Oh, das war almost... gut. Ja! 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 Wollen wir das mal sagen? Um... F***. Was ich was ich sagen? Was ich sagen? Was ich sagen? Was ich sagen? Ich warte mal. Ja, ich habe keinen Daumen nach. Ja, nicht immer. Ja, ich habe keinen Geist. Ich gehe mal Puriten nach. Ja, nicht immer. Vertraue. Ja! 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 Jelle and Bobo Lee, Jelle and Bobo Lee, Jelle and Bobo Lee You're funny, man. Tell us a joke. Alright, um... So, there's two guys around the middle of the desert. One guy gets bit by a snake. Right on the head of his dick. 90 degrees. Also, bei der hat man gehört... Der hat ja schon wirklich viel gemacht. Jaja, und das war, glaube ich, auch einer der quasi... Interviews, worüber am meisten gesprochen wird, weil Diva wusste wirklich gar nicht. Zum Beispiel Jimmy Kimmel hat man ja gerade gesehen. Der war da ziemlich eingeweiht scheinbar. Also, der hat die Show vorher gekannt. Und da haben sie scheinbar in seinen Stuhl, in seinem Stuhl-Dude, versteckt, der ihnen irgendwie den Arsch krault. Genau, da geht's echt raus. Oh... She's a great guest. I like her. Oh, yeah. Hey, Woodland. Take a whiz. Do you get a sense of Khalifa? Oh, ja, die Penny mag so. Die ist echt richtig gut. Die finde ich auch so witzig. Da bist du ein bisschen... Geh im Humor. Ey, mir gefällt den Content voll oft. Das ist halt immer nur so... Nur, äh, da stehen wir nicht auf die gleichen... Videos. Oder ja, schon irgendwie auch, aber... ...heit oft auch nicht. Endgeil. I'm your father. What are you doing here, Dad? I just want to say I love you, son. Dad, this is a bad time for us to reunite. If you are indeed my father, why would you step out now during the biggest interview of my life? That means you don't care about me as a son. No, I do. I really do care. You haven't been in my life at all. You're not interviewing Nick Cannon, former R. Kelly collaborator, and stagehands let you walk in here with your dick out. Can I have a hug? you, Dad. Yeah. Happy everyone got to see me. What the fuck? Investigate 311. Ja, das gibt es nicht mehr. Herr, was war doch... Das fand ich sogar besser als... Der Schluss... Herr, das war doch genau der gleiche Humor wie in der Mitte. Nein, irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Humor ist nicht subjektiv. Entweder man hat ihn, oder man hat ihn nicht. Was ist mein Humor? Also so bei Sachen, so Videos oder so. Ich muss überlegen, wenn ich saounwitzig finde. Also ich finde wahrscheinlich so... Wie heißt diese eine weibliche Komikerin, die meine Mutter immer schaut? Ach, die schaut... Monika Gruber. Die finde ich sogar auch teilweise lustig. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, schau, das sagst du jetzt. Oh mein Gott. Ja, aber das ist einfach so sauvorhersehbarer schlechter Humor. Oder du sagst es von dem einen Typen. Wie heißt der? Elge Schneider. Nein, der... Kommt der aus Kanada? Ach so, ah ja. Jean Lajoie. Vagina. Ja, ja. Die finde ich auch so. Und vor allem das mit dem, da hat er irgendwas übers Krippen oder Joint oder so mal gemacht. Oder war das? Ja doch, den Song fand ich so lustig. Und Late Night Berlin fand ich eigentlich immer auch ganz gut. Aber seit ich weiß, dass das gefakt ist, machte ich das voll fertig. Aber ich fand die Videos immer voll gut. Aber ist es auch so, dass du dann immer laut lachen musst bei Late Night Berlin? Ja, vor allem mit den Sachen, wie man sicher durch den Görlitzer Park kommt. Oder das mit den Verkleidungen, das war wirklich so geil. Oder beim Penny Mark, da muss ich auch lachen.